Wir sind hier im Chiemgau bereits näher an den Alpen. Das wird uns in Schneidsee mit dem alpenländischen Brauch des Fingerheikelns demonstriert. Eine ganz ernste Kraftsportart, eine Grundausbildung für die bayerischen Politiker. Wir sind hier im Chiemgau, und dann kracht alles zusammen. Und Leidl sind gescheit, sonst käme ich nicht mehr recht weit. Da halt mir lieber alle zusammen, sonst da ist es nicht mehr recht lang. Hier ist der Sturm Gerhard von Ammergau. So ein geschreimaule, der hauptlosener Schalkopf. So ein Dodger, der Dörger, der Trampe, wie der. So ein Vierkant, Quadratschett, so ein Maulauf. So ein Grauskoffer, der Tramhapper, der Depp. So ein Grauskoffer, der Trampe, der Trampe, der Trampe, der Trampe. So ein Grauskoffer.